Hi, Willkommen in Ihrer Kastriale. Hallo, ich würde ja da einkaufen, bevor Sie fragen. Ja, hier haben Sie meine Impfung. Alles vorhanden und gerade ganz ruhig, die Uster Master Blaster könnte ich die Impfung noch dazu. Ja, geil! Ja, super. Na, dann mal rin spaziert. Danke. Oh, Gesundheit! Ah, hallo, ich habe da mal eine Frage. Ich müsste mir ganz dringend schnell eine neue Hose kaufen. Ich bin auch negativ getestet. Ich komme gerade vom Testzentrum. Wäre es möglich, dass ich mal rein könnte? Sag mal, sind wir denn schon geimpft? Nee, ich bin auch nicht geimpft. Bist nicht geimpft? Was ein bisschen scheiße von dir war? 2G schon vergessen, das geht so nicht. Komm, zisch mal ab, bevor du mich ansteckst. Ehrlich. Danke. Applaus 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 Vielen Dank.